Am Dienstag hat Außenministerin Annalena Baerbock auf dem Petersberger Klimadialog alle Partnerstaaten zu gemeinsamen und verstärkten Anstrengungen gegen die von Menschen gemachte Erwärmung des Weltklimas aufgerufen. Es ging vor allen Dingen darum, wie wir die wichtige Ambitionssteigerung, die wir dringend brauchen, weil wir sind nicht auf dem 1,5 Grad, also die nationalen Klimaanstrengungen anzuheben, wie wir das in Verbindung bringen können mit der wichtigen Frage der Finanzierung, während gerade sehr, sehr viele Staaten weltweit, eigentlich alle Staaten weltweit, mit Blick auf die Finanzen, mit Blick auf die Inflation, die Wirtschaftslage in ihrem Land vor wahnsinnig großen Herausforderungen stehen. Der Petersberger Klimadialog hat erstmals im Auswärtigen Amt in Berlin stattgefunden. Er sollte gemeinsame Antworten auf die vielen Krisen finden, die die Welt zurzeit beschäftigen. Im Fokus der Gespräche stand vor allem die Vorbereitung der Weltklimakonferenz COP27 in Egypt. Das ist eine Verordnung, dass man das Geld, was zur Verfügung steht für die Anpassung an den Klimawandel... ... ... ... ... ... ... ...